Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hallo! Ich wollte gerade Eierkuchen backen und da ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, Eier zu kaufen. Verstehe. Entschuldigung, warum stellen Sie Ihre Sachen hin? Wollen wir uns nicht duzen, jetzt wo wir zusammen wohnen, hm? Also eigentlich ist das mein Wohnzimmer. Nein, nein! Das sind auch bürgerliche Kategorien. Haut lieber mir eine rein. Genau, haut lieber ihm eine rein. Stopp, halt! Wird das jetzt so ein Trailer, der alle lustigen Stellen verrät? Was willst du denn sonst zeigen? Langweilige Szenen? Ja, warum nicht? Es gibt doch bestimmt noch langweiligere Stellen. Ich fühle mich oft emotionslos. Ich glaube, dass sie sich sehr oft, wie soll ich sagen, emotionslos fühlen. Wahnsinn. Prima! Sehr langweilig. Wieso sieht man eigentlich hauptsächlich mich in den langweiligen Szenen? Naja... Du bist nicht wirklich sonderlich, ähm... Sexy? Das ist klar, aber das meine ich nicht... Nicht sonderlich witzig. Ja, du bist nicht sonderlich, äh... Du bist sonderlich interessant. Ja! Ja, genau, genau! Du bist nicht sonderlich interessant! Weißt du, was auch nicht sonderlich interessant ist? Deine Idee mit den langweiligen Szenen. Äh... Dann mach du doch! Ich bin Kommunist. Was sind Sie so? Ich bin Anarchist. Cool! Dann können wir Freunde sein, bist du Revolution! Danach wird's natürlich schwierig. Dein Verhalten, dieses Ziel. Lässt mich vom Mund. Das wir voll sind. Kapitalismus! Schweine System! Hier kommt! Äh... Hi. Ich wollte mir gerade ein paar Eierkuchen backen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich keine Eier hab. Äh... Das war работать einzubring! Das war ein Witz. Das als Autor und wit. Wir sehen uns im Auftrag des Witz. Das war ein Witz!